Willst du hier Richtung Top clearen oder Richtung Bottom? Ich würde Richtung Bot clearen als Wir sind Redside, ne? Ja, Redside geht nicht bei, das ist die Frage ob Toki nachher im Zweifelsfall contesten kann also die Top-Krabbe wenn ich den oder dass irgendwer mit hinmoven kann Kommt ganz drauf an, ja Ja, dann würde ich von Bot hoch Also immer die Frage wenn ich halt alleine dann und dann kommt der andere Midlaner oder so und dann wirst du da weggeräumt dann macht das halt wenig Sinn Ja, also ich glaube wir können pushen, nicht contesten wenn die das nicht wollen Das richtig Aber die erste Kabel kann die aber nicht einfach die Wave auslöschen, danach ist immer Schwierig Die erste war ungefähr eine Minute 3,30 Ich glaube auch, dass Richtung Top-Kf sind hier Was haltet ihr eigentlich davon? Das sind Garen Ignite hat Lux Ignite hat und Senna TP Ja, ist kreativ Ja, Chris, ja Ja, Chris, du hast schon mal wieder Also bis jetzt schon mal geflamed Gutes Spiel Ich bin noch Loving-Screen 100% Hä? Wo bin ich denn? Wir haben mich schon Ja, Gegner Ich habe schon Drei Leute haben dich geflamed, obwohl du gar nicht da warst Also Echo ist top Wie lange seid ihr denn schon drin? Gerade Hast du da mal auf, dass du ja nicht reingehst 45 Sekunden Jetzt ist wieder der Gamble Mach ich das jetzt zu und du darfst dann mal neu laden Oder warte ich, ob ich hier noch reinkomme Ein Dreck Also ich lad dann immer neu Aber der ladt bei mir, glaube ich, schneller Ja, ja, das ist das Ding Der ist auch nicht gefreezed, der Screen Peter, kann um uns sein, dass wir bei deinem Red sind Du, du, du Haben da keinen Wall-Tonsatz Kannst du nicht? Hast du keinen? Über die Wall? Ja, da habe ich keinen Wall-Tonsatz Ich habe gerade einen AFK-Warning bekommen Alter, Riot Games Ich lege den Top-Lainer auf Ich werde höchstens mal checken gleich, aber Hm Kannst du das nicht Wobei, was haben die da? Echo und Garn wahrscheinlich dann, ne? Aber wenn der Garn auch so einlässt Ja, Echo ist da, Echo ist da, Echo ist da Aber ist der Garn auch da? Also Map-Split Ey, ich lauf da nicht rein, Digga, auf Ich lauf da nicht rein, Digga Nö, nö, nö Nö, nö, nö Nächste Mal kann ich gerne flippen, wenn du willst Pussy Ja Die haben wahrscheinlich ihren Try geworden, das heißt, wenn ich da rübergehe, kriege ich auch auf den Sack, ne? Uncurry ist lost, lost des Todes Komm mal, Mitte Gang, ne? Der gute, also Level 1 Gang Hat auf Level 2 Gang Echo auf Er ist es Echo ist da? Ja, jetzt auf Echo Ich kann Auto-Tacken Oh, jetzt kommt der Hook Cooler noch Das Ding hat 15, die guten Cooler 19, sorry Äh, gut, ähm Als würde der nicht den Red invaden? Ja, der Echo ist grad gestorben Ja, Frage ist, ob der jetzt zu seinem Red geht, zum Cover Ja, also die Dots kann nicht Der läuft von der Pose vor zum Red Aber Titter, wir können den einfach töten Ja, ja Ich hab noch keinen Smite entzählen Ah, ich will den nicht Auto-Tacken Oh, hier steht ein Warthorn, Titter Ja Ich geh den Blue-Buff checken Also Bot-Lane ist Turbo-Fett, ne? Aber, also ob ich jetzt allein auf der Bot-Lane stehe, oder? Äh, äh, ist Turbo-Fett Killed? Ja, er ist am Blue-Buff, er ist am Blue-Buff Äh, ich hab, äh, Mitte gegankt Und dann hab ich Peter beim gegnerischen Red-Buff geholfen Achso, AK, die haben einfach reingeschafft und Richtig Haben jetzt anderthalb Platz Bin gleich, gleich, bin ich gleich da Maybe Soll ich einfach mal auf der Bot-Lane stehe? Aha Natürlich auch ein bisschen Ja, Bot-Is-Wing-Condition, sagst du? Hm, ja, wir passen ja Richtung Top Der Echo ist natürlich auch unfassbar traurig in den Spielen bisher Er ist eben in der Mitte gestorben Jetzt hab ich im Jungle Gut, der hat meinen Buff dafür ausgeräumt Jawoll Ja Ja Genau so Ah, der ist, der ist Top-Side Echo Mhm Er bleibt vermerkt, der ist sogar Top-Side Okay, okay, okay Hä? Das ist ein wildes Höschen hier Bisher Wow Den wollte ich tatsächlich nur abfangen Flaschen wollte ich der Velerin nicht Achso, du Flasch hookst die jetzt einfach, oder? Ich bin das nicht Okay, dann ich Aber das Gute ist Da konnten sie jetzt auch keine Seelen fahren von uns Das ist richtig Weil wir nicht Bot waren Das ist richtig Komplete Mind Games Will die einfach Anflashen und E drücken Die hat keinen Flash Ups Was ich soll das machen? Mhm Ja, wenn Yannick das macht, das ist relativ ineffizient Äh, Echo-Bot 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 Vielleicht gleich bei Pity Pity und Joey Oder vielleicht ich die jetzt an Ja Hab ich ja nicht Echo könnte auch hier sein, ne? Oh, ja Könnte auch Dragon machen an sich Könnte auch Dragon machen an sich Könnte auch Dragon machen Ja, macht er wahrscheinlich sogar Die Bot-Lane hat aber gemufft Peter, ne? Sag vorsichtig, wenn du das checkst Ja, macht er Ja, kann man nix Müssen wir geben Der ist, der hat 200 AP, ne? Der Echo Der ist, der hat 200 AP, ne? Der Echo Ist das? Wunder! Hm Wunder Ist das denn der Jitter-Call? Ah, war noch easy Ja Gah, da, 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 da Nee Oh, oh mein, oh mein, oh Oh Habt er, oder? Nice Den Dragon haben wir gut abgegeben Wunder-Jitter-Call Ich dachte wir müssen den Preis mit dem Aufgeben einfach Ich hab auch nicht gesehen, dass der Echo so low war I guess Ja, der hat 200 AP Geht immer noch kein Flash Geht mal mit in die Mitte Ich hab nen Hex-Flash Joe Ich muss mal basen, hab 2000 Gold. Für den ersten Base am Jungle ist das schon wild. Ah der Echo ist wieder top. Ich muss den Red holen. Darf die das? Ich hab, ich hab Move. Ja weil der Echo ist da auch unterwegs. Hast du irgendwie ein Ward irgendwo? Zehner aber auch Move. Check den Busch da vorne, ja. Ich muss auf meiner Wife. Ja, ja geh. Der Echo ist Mitte. Dann muss ich auf jeden Fall basen. Der kann doch nicht zum Blue Moven jetzt zu meinem, ne? Äh, der ist gestern Woche. Aber der kann gleich mit Botkink enthalten. Weil der ganze Jungle ist auf. Ich geb jetzt für die Wave. Nice. Ich mach jetzt Ulym. Ich geh nicht, top. Oh, die kommt zu mir hier. Oh mein, schuss. Korn, die hat keine Ulti. Die Kumpel? Ja. Oh, schon wieder Logi Boy. Ja gut. Ah, der hätte ich dann... War bei. Ah. Ja, 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 alles gut. Logi Boy ist ja schuldig. Aber das hat halt nicht mein Assist, ne? Ja, ja. Das dachte ich halt gerade. Ja gut. Setz das Marmonchen. Ja gut. Frei hab ich oder flayed? Okay, der Flay hat einfach nichts gemacht. Pass mal mit drauf, Janik. Das gern, gern on the move. Also ich hab das... Ihr habt den eh sogar geflayed eigentlich, oder? Und der Flash ab? Der hat Flash, Ult, Neut, alles ab. Bei mir. Das fand ich frisch. Ich hätte gern gedacht, vom Bot alles gut. Du, Botzeit, Jungle. Ah, Echo ist da am River. Er holt die Krabbe. Ja, doch, wo ich ging. generally schau rich. Ich habe das mit der Gegend nachgefahren. Brühe ich sie nicht mit für den Weg. Du! Was das wirklich ist? War das nicht, aber wie ein Problem ist. Mit ihr wird es. Nein, ich werde es nicht so schön machen. Was das nicht? Ich werde es nicht mehr so machen. Ich werde es jetzt hier nicht mehr so machen. Wer ist da gerade geflasht? Sein Arm Hab nur was gehört, da Nice Ah, was? Ja, das Slow Pushing Wave Toplane Könnt ihr euch gleich mit einer gestackten Wave vielleicht mal gucken, ob wir ihn gerne töten können Ja, die... oder Harold 40 Sekunden auf Drake, dachte ich jetzt Können auch für Drake spielen Miss Fortune ist auch geflasht Gott, deine Haare hat Braindeck des Todes Können wir wischen mit der Queen? Kannst du wischen Nice Ja, die war kurz nach hinten... Dass sie wieder nach vorne gemovt, das war halt... Stark Ich hab da keine Flash mehr Ich komm Ja Ja Ich dachte wir... Geh da mal mit in eine Jungle da rein, ne? Ich wusste gerade die Jungs da machen... Eiko hat geultet Ich würde eigentlich gerne den Drake machen... Ja, damit Leonard ist halt in der Base Ja... Mach doch! Doch, auf Complation Ja... Wenn die dann beide kommen... Ist da ne Ulti auf Top Blame? Ich auch da... Ich mein jetzt ist auch die Jungle Route ab... Hätten wir direkt machen müssen dann... Hat die Flash die Lux? Nein Wissen wir wo der Eko ist? Ne, der musste... Hm... Okay... Ich hab mal den Herald... Okay... Okay... Hm... Hm... Die ist da im Busch glaube ich... Ich bin hinter der... Mhm... Oh... Schade... Oh... Sehr gut... Geh mal Basen... Ach... War das was... So... Hm... Hier oben ist so'n kleiner Garen... Oh... Eko ist... Eko will... Den... Ja... Eko hat den Herald-Spot geplast... Ich bin auf dem Weg runter... Ich hab Coolteam... Hier hinten ist ja... Und ich hab... Äh... Mein Item für dich... Ja... Also Piller ist OP... Ja... Eko hat auch sein Item für dich... Garen ist entweder Richtung... Base wahrscheinlich... Ist die Laterne nicht? Naja... Aaaa... Eko hat kein Flash mehr... Und keine Odeli hier ist Eko... Ähm... Frag... Ähm... Lukas muss auch hier hin... Oh, Ansage! Prominent! War ne Frage. Ja, weil die halt auch spawnen, ne? Ja, darfst du ruhig Ansagen machen, du hast recht. Ich könnte auch... Ja, eher positiv gemeint eigentlich. Was soll der Waffe? Ja, bei Nervilz-Jungle, ne? Ja, und, und, ja. Ja, bei Nervilz-Jungle. Ich hab aber auch Ult, also wenn die da kommen Ah, äh, sagen wir? Echo ist auch Ah, die ist auch noch Lux Ah, ich hab ein Problem Ach, scheiße Das ist einfach eine kleine Verkaufung Ich weiß, die kriegen mich dafür Darf ich das? Rein, 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 rein Das war's nicht Ultet der raus Oh ja Okay Die bot ist weg Ich bin low, ne? Ich glaube, die ist resettet, aber... Okay Haben wir MF hat keinen Flash mehr MF hat einen schönen Shutdown auf mich gekriegt Alter, die hat 154 CS Aua Ja, die stand zwar 05, aber die hatte schon einiges an Gold auf jeden Fall Ja, und mit dem Shutdown 1000 Gold Kill Dann Platten Early, der Harald war auch Bot-Lane Ja, die hat halt die ersten 5 Minuten Sieh grad im Topt-Chang, oder? Nääääääääää Äääääääääääääääääää Sieh jetzt zu z-topp oben Ich hab noch 5- Schr- sekunden nach Volt Vorne könnte die Senna sein, da Okay, tschüss Schade Lux ist Bot Und den Wavern Kommt er ran? Naja. Nope. Der Ecke ist bei der Krabbe. Wir haben grad eigentlich Sachen ab oder? Wollen wir nicht weiten? 2 auf 4 oder so. 2 da. Irgendwo. Hallo? Ich bin nicht. Hallo? Ich bin nicht. V-Cut. Cool dann. Okay. Ich glaube es ging um noch Ult. Ja. Ja. Kann ich mir nicht tun. Äh. Die scalen übrigens ziemlich gut. Mhm. Das heißt, wir sollten ja auch nicht AFK gehen. Ist das die Aussage? Top hat da alles ab, ne? Ich kann nicht aggressiv reingehen, sonst... Warum nicht? Weil wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt. Okay. Der hat doch irgendwo... Ja, er ist doch der urschen. Okay. Herald. 45. Herald vorher. Gut. Wir haben noch Ults ab. Ich hab keine Ults. Ich... Ich hab noch kurz die Top-Wave. Ich hab noch kurz die Top-Wave. Dann machen wir Herald. Und Echo-Bot. Mhm. Und dann sollen wir einen nochmal. Ja. Ich hab auch beide Smiles ab. Ja. Echo kann ja auf mich drauf. Versuch's ja auch. Echo hat keine Ults und keinen Flash. Die sind hier, ne? Hier, hier, hier. Wo da? Auch geil. Oh mein Gott. Warum bin ich denn so ein Inter eigentlich? Echo ist hier. Ich komm mir auch reingemufft. Break, break. Vielleicht hat eben DMF gesmited. Wie viel cooldown hast du? Minute. Ich hab noch eine Minute. Okay. Ich geh mal raus. Wenn er kommt, fighten einfach. Soundstück. Return für fight? Nur Jhin-Ult. Keiner. Da, 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 da! Fighten, fighten, fighten. Oh, raus. Break, break. Raus, raus, raus. Ja. Die Basis. Oh, ich hab ja nicht mehr drauf. Ich glaub du hast unseren Blackdorf eingesammelt. Die machen jetzt grad nicht Baron, oder? Ja, vielleicht. Glaub ich nicht. Ah, okay. Sollen wir mit dem Harald den Mid-Turrent nehmen? Ich werd auf ne Situation warten. Wie lang hast du noch? Oh, zwei Minuten. Lass uns nen Fight suchen mit deiner Ult und dann den Harald placen. Dann geh ich aber nochmal basen. 2,5k. Okay. Ich bin tot. Scheiße, das wär so schmutzig. Hier jetzt vielleicht gleich? Ich bin in Range. Old, Old, Old. Jetzt bin ich eh aufm Weg. Scheiße. Eikers topside. Mette, Mette und Eiralt. Mette. Ich bin... Kann ich die helfen? Ja, ne. Oh. Ich glaub ich hätte nicht mal was gebraucht für irgendein Team. Kann ich mir in die gleiche Ult, kann ich die anflaschen, theoretisch. Ja. Und nicht hinter einer Weih. Triple Chart, ja? Ja. Ah, ah. Der Garen dürfte theoretisch wieder Flash abhaben, und ich mir dachte, er hat keine Ultien. Ja, genau. Und Eikers Mitte. Weil du bist safe eigentlich. Ja, ja. Der ist hinter uns. Der ist hinter uns. Aber... Finishing wollen wir eigentlich auch. Das heißt, jetzt müssen wir nur Dinger auch tun dann mit dem... Offline-In-In-Hap. Machen wir das. Machen wir das. Machen wir das nächste. Machen wir das? Ja, ihr solltet erst Reset. Reset. Baren. Version. Baren. Machen. Und wahrscheinlich Turn, wenn die kommen, ne? Machen wir das. 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 Sollen wir da hinmoven? Naja Hier, rein, Eiko Barrow in Da oben war die Senna, sollen wir einfach noch schon machen? Ja Von außen Ich schaue mal kurz hier eine UF hier an Schauen wir mal ob wir hier einen Hook finden Hier, sie Ja, ist da Lüge? Ist da Ja, da Ich schaue von hinten rein Hammer Ich muss einfach gängern Muss auch niemand mehr besser machen Ja, wir haben einen Ich hab aber diesmal keinen vielleicht für die URULD Äh, oh ja, für die URULD auch nicht, aber für den URULD Ja Haben wir jetzt einen Nocturne URULD Combo Engage getracticed? Ne, ne? Äh, wir hatten eben, dass wir es in der Combo gemacht haben, aber nicht mit dem Wie es, äh, geplant ist Können wir auch mal finischen? Ja, äh Naja, da wäre einfach Tower hinten Tower Ich denke, Tower, alles gut Ach, dunkel Kann ich nicht noch mehr sterben, bitte Wird da irgendjemand den Dings hätten? Danke Ich muss sagen, äh Tucki Naja, auf Master ADC Hatten die Gegner oder was? Dann waren das keine Pre-Mates, ne? Das Oh, das waren Pre-Mates Und der war echt Master ADC Krass Krassere Sachen Klar So, wie sein soll, ich hab Top-Man quasi nicht gesehen Perfekt Ah, ist Na, äh, John Aldiff, ne? Okay, das ist actually Schaden gemacht Ist, gell, ne? Ja, weil es viele Weil wir viele Kombos hatten, wo wir einfach die Leute rasieren konnten Ja Aber wenn wir, hier, wenn wir Uri mit Nocturne Und wir konnten die einfach alle mal zerstören Ja Hast du viel Schaden gemacht wie Banane, Cary Puh, Lukas, auch der Wäschste Puh, 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 Puh